Franjo Poth, ein berühmter deutscher Geschäftsmann, hat in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Poth wurde am 20. Juli 1969 geboren und ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch der Ehemann von Verona Poth, einem berühmten Star der deutschen Medien- und Unterhaltungswelt. Doch hinter dem Anschein von Erfolg und Ruhm birgt Franjos Leben viele Schmerzen und Geheimnisse, die er immer verborgen hat. Im Alter von 55 Jahren steht er nicht nur beruflich vor Herausforderungen, sondern spürt auch deutlich die Zerbrechlichkeit des Lebens und strebt immer danach, das wahre Glück für sich selbst zu finden. Im Laufe seiner Karriere hat Franjo viele bewundernswerte Erfolge erzielt, aber der Weg zu diesem Erfolg war nicht glatt. Er musste sich vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten stellen, manchmal auch bitteren Misserfolgen. Eine der schwierigsten Phasen für Franjo war der Finanzskandal um seine Firma Maxfield im Jahr 2008. Das Unternehmen ging in Konkurs und Franjo wurde wegen finanzieller Misswirtschaft angeklagt. Dieser Vorfall schadete nicht nur seinem Ruf, sondern versetzte ihn auch in eine psychische Krise. Franjo musste vor Gericht erscheinen und erhielt eine Geldstrafe, was für ihn nach vielen Jahren des Aufbaus seiner Karriere ein großer Schock war. Zu den beruflichen Herausforderungen zählen nicht nur finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch der Druck von Seiten der Gesellschaft und der Medien. Als Ehemann von Verona Poth, einem der bekanntesten Gesichter Deutschlands, steht Franjo stets im Fokus der Öffentlichkeit. Obwohl ihre Ehe mehr als 20 Jahre dauerte und als eines der bewundernswertesten Paare galt, sah sich Franjo dem unsichtbaren Druck ausgesetzt, der das Leben an der Seite eines großen Stars mit sich brachte. Obwohl Verona ihn in jeder Situation stets unterstützte, konnte sich Franjo des Gefühls nicht erwehren, dass jeder seiner Erfolge und Misserfolge öffentlich verglichen und analysiert wurde. Mit 55 Jahren ist Franjo Poth nicht mehr der junge Mann mit großen Ambitionen wie früher. Jahrelange berufliche Schwierigkeiten und der Druck des Ehelebens haben ihn dazu gebracht, mehr über die wahre Bedeutung des Glücks nachzudenken. Er strebt nicht mehr wie zuvor nach Ruhm und Geld, sondern wünscht sich ein wirklich friedliches und glückliches Leben für sich und seine Familie. Franjo versteht, dass Glück nicht nur durch finanziellen Erfolg oder Popularität entsteht, sondern auch durch Seelenfrieden und Harmonie im Privatleben. Obwohl er im Leben viele Herausforderungen gemeistert hat, scheint die Liebe von Franjo und Verona Poth immer noch der Lichtblick in seinem Leben zu sein. Auch wenn sie schwere Zeiten durchlebten, waren die beiden immer zusammen und meisterten gemeinsam alle Herausforderungen. Verona ist nicht nur Ehefrau, sondern auch Begleiterin, die Franjo in den schwierigsten Momenten immer zur Seite steht und ihn unterstützt. Die Frage, ob Franjo in dieser Ehe wirklich glücklich ist, kann jedoch nur er beantworten. Obwohl er Verona liebt, fühlte sich Franjo angesichts des Drucks des Ruhms und des öffentlichen Lebens oft einsam und verloren in seiner eigenen Welt. Die schmerzhaften Geheimnisse, die Franjo verbirgt, hängen möglicherweise damit zusammen, dass er das Gefühl hat, dem Schatten des Lebens mit einem berühmten Star wie Verona niemals entkommen zu können. Trotz seiner eigenen Erfolge hatte Franjo oft das Gefühl, er sei nicht genug, um mit dem Ruhm seiner Frau zu vergleichen. Dies mag einer der Gründe sein, warum er in seiner Karriere immer sein Bestes gab, aber schmerzhafte Misserfolge erlebte, wie zum Beispiel den Bankrott von Maxfield. Im Alter von 55 Jahren hofft Franjo Poth, dass er sein wahres Glück finden kann. Er weiß, dass die schwierigen Jahre, die vergangen sind, ein unverzichtbarer Teil des Lebens sind, und jetzt hofft er nur noch, Frieden und Glück mit seiner Frau Verona und seiner Familie zu finden. Doch angesichts der Prüfungen seiner Vergangenheit und der schmerzhaften Geheimnisse, die er verborgen hat, endet Franjos Reise auf der Suche nach Glück möglicherweise nicht so einfach. Franjo Pouss Reise zum Glück ist, auch wenn sie viele Jahre gedauert hat, immer noch voller Herausforderungen und Unsicherheiten. Im Alter von 55 Jahren ist er nicht nur mit der Altersmüdigkeit konfrontiert, sondern muss sich auch mit dem psychischen Druck der Vergangenheit auseinandersetzen, mit Misserfolgen, die tiefe Spuren in seinem Privatleben und seiner Karriere hinterlassen haben. Was er durchmachte, waren nicht nur finanzielle oder rechtliche Probleme, sondern auch psychische Traumata, die er stillschweigend ertrug. Der Bankrott von Maxfield und die Vorwürfe gegen sein Management waren nicht nur ein Schock für seinen Ruf, sondern auch eine große Wunde in Franjos Herzen. Früher war er ein starker, belastbarer und ehrgeiziger Mann, aber dieser Vorfall ließ ihn das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten verlieren. Obwohl er versuchte, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und sein Leben fortzusetzen, verspürte Franjo immer den Druck der Gesellschaft, weil er beweisen musste, dass er nicht nur Verona Pouss Ehemann, sondern ein wirklich talentierter Geschäftsmann. Schöne war, was er, was er, was er. Und dann nach CO? Und dann wird's, was er. Und dann sind wir uns. Mein Eltern würden zu retinend, meine Eltern würden offentieren, weil ich was einfach veranlten. Ich habe wieder seinen Proben geprüft. Und dann stand, um, und, und, und put mich in jails. So, like, ent seria. So, like, ent seria. Um, es wäre, je würde da. Und mich würde das sehr, aber nicht, wie ein, was das. Und dann, like, entavia. Und dann, uh, mein Eltern waren da bis dahin. Und da waren Poussetzt. Und dann, um, das war sowas. Und dann kam so Straightforward, um. stop loving me to death literally they were going to love me to death with their enabling and so after so many years of me robbing them and stealing from them and going through torture um you know mentally and emotionally and they said until you're sober we can't talk to you so good luck we love you we love you enough to like you've got to find your own bottom and they knew what that meant was possibly me dying and so they cut me off and that was the best thing that ever happened to me um because i hit a new bottom i tell people when i'm about to hit that bottom my parents would just kindly put a little pillow underneath me so i would hit the bottom but it'd be like a little cushion and it just got bad and it was groundhogs it was every day just kept going and so that went on for what's a 10 months straight almost actually 11 yeah just straight of chaos didn't draw a single sober breath and uh got you know when i didn't have anywhere to go i was homeless the whole year i never slept on the streets but i was homeless the whole year i was very resourceful but i was staying in very 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 questionable places with very very questionable people and um and had to had to do some bad things to get my fix every day and and uh you know i'm not proud of those but today like i've worked through any of that guilt and shame around it and it it uh i saw some really really gnarly things that i that i you know that i wish i never saw and did things but um you know i i finally got to the end of that year and it was by this point it's november again it's utah and it's cold and um you know i had uh i had i had worked up just enough money to i'd stay in these really low-end motels and hotels and and i got a call from my mother and she said hey um your grandpa died and i and you know and and of course like i was sad and she just said you know the funerals this day it was a few days from then and she just said please um i want you to show up and i said i want to be there too um and she said just do whatever you have to do to be right and she knew what that meant what that she knew i was a hero next what that meant was please don't be too high that you're drooling on yourself and please don't be sick so of course that morning came and i ran out of the drugs so but i i had this burning desire to just just show up so i said okay i'm gonna go you